Ja, Michael Hartl hat den Rechtsstreit bei Gericht gewonnen und Marianne muss jetzt die ganzen Gerichtskosten bezahlen. Aber Michael Hartl freut sich sehr, denn er ist neu verliebt und das Beste, er hat sie direkt bei Gericht kennengelernt. Wie jetzt viele vermutet haben, ist es die Richterin, aber Michael Hartl sagt nein, es ist nicht die Richterin. Und nein, es ist auch nicht die Staatsanwaltschaft. Michael Hartl sagt, ich habe sie kennengelernt an der Kaffeemaschine. Die steht direkt bei Gericht, gleich wenn man reingeht links, dort drückt man dann einen Euro rein und der Kaffee rinnt raus. Wahlweise auch Kaukau, denn seine neue Frau trinkt nur Kaukau.